Seid ihr herzlich willkommen bei dieser mediale Botschaft für Wochenende bis 28. Oktober 2018. Diese mediale Botschaften sind nicht meinen eigenen Gedanken. Ich beeinflusse das auch nicht, sondern ich empfange diese Botschaften und möchte ich euch weitergeben. Die Botschaft ist, ihr habt Probleme und ihr denkt jeden Morgen daran. Das ist das Geld, das ist die Beziehung. Doch, fangt endlich an, euer Leben zu lieben. Es ist nicht einfach, weil andere erschweren das und ihr habt Angst. Es braucht auch Zeit, bis sich etwas verbessert. Ihr habt auch Wut und müsst jeden Tag die Zähne zusammenbeißen, die tägliche Arbeit und Verpflichtungen. Die Engel kommen zu euch und das ist die Wirklichkeit. Eine SMS könnt ihr auch zum Gott senden. Das ist das Gleiche, nur eine andere Richtung. Dann kommt ein Strahl, ein Licht und das ist das, was ihr gerade braucht. Mir war es wichtig, euch das mitzuteilen. Und das war diese mediale Botschaft für Wochenende. Selbstverständlich könnt ihr euren persönlichen medialen Botschaft buchen als Blitzberatung. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung at denderasusannamedici.com Mein Honorar beträgt 10 Euro. Ich bedanke mich für das Zuhören. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Seid ihr herzlich willkommen bei diesem kurzen Video, wo ich euch informieren möchte. Ich habe ein super tolles Angebot für euch und dieses Angebot ist gratis. Ihr braucht euch auch nicht verpflichtet fühlen für etwas. Das Thema ist Dualseelen, Dualseelenprozesse. Das, was ich wahrnehme in Praxis, dass viele von euch in diesem Dualseelenprozess drin steckt und ihr weiß nicht, wie das weitergehen soll. Warum ist es so? Das ist mal die erste Frage. Wie kommt ihr davon los? Oder hat es überhaupt einen Sinn in dieser Beziehung bleiben? Was sagt das alles aus? Und dafür habe ich ein Einführungsvideo gemacht. Einführungsvideo zum Verstehen, was das überhaupt ist. Dualseelen und was sagt es auch? Und dieses Video werde ich nicht veröffentlichen. Das ist nicht für jede da. Das ist nicht für jede geeignet, sondern wirklich für diejenigen, die in diesem Prozess drin sind, wo das wirklich interessiert oder möchten sich etwas verbessern. Und ich bitte euch, wenn ihr in diesem Dualseelenprozess drin seid oder interessiert euch dieses Thema, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Das hat mit Beratung oder Beratungsvideo jetzt in dem Sinne nichts zu tun. Dieses Video ist wirklich kostenlos und ich möchte aber nur für diejenigen zugänglich machen, wo da wirklich ernsthafte Interesse zeigen. Und ich freue mich, wenn die Interesse besteht. Und ihr bekommt dann die Zugangsdaten, ihr bekommt den Link dazu und könnt ihr diese Einführungsvideo, diese Erklärungsvideo dann anschauen. Und damit möchte ich euch weiterhelfen. Ich bedanke mich für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bedanke mich für die Interesse. Ich bedanke mich für die Interesse.